hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von mindustrie hier aus die gamestudio mein name ist master schröder und wir haben uns jetzt gerade in einer peuslichen unterhaltung zwischen mir chaos und thompson entschieden dass wir sektor 170 machen hallöchen hallo und verraten dass ihr dabei seid dann starten wir das ganze mal und items werden von ground zero gestartet und ab geht die post irgendwie höre ich aber die ganze zeit als wenn hier einer klopft oder schießt vielleicht greifen wir doch gerade an kann ich mir gar nicht erklären ja vielleicht habt ihr das auch so hier haben wir titan hier mal alles mögliche jetzt haben wir schon den pneumatischen ja jetzt können wir das titan auch abbauen hier aber der braucht strom ne ich suche wieder die gegner dann such du mal die gegner ok die sind glaube ich links ganz oben wenn du nicht willst dann mach ich das nicht war nicht ganz oben aber ja links oben ok das heißt links oben warum ganz oben da wo ich bin ja kannst du da ja zubauen und dann ist alles gut ja komplett zubauen nicht weil sonst beginnen sie direkt auf alles zu schießen nicht schlecht ja aber wenn man in einen weg offen lässt dann gehen sie zum weg und dann kann man sie während sie zum weg gehen das ist auch gleich unten das sand hier nehmen hier können wir gleich sedition machen mit der kohle und dem sand jetzt hast du gleich kohle und dings auf einem förderband das ist unsere kohle gerade unser kupfer ja weil ich verteidigung baue ja ja dann müssen wir noch ein kupferfeld hier an löten das sind nur so kleine bröcke ah da rechts ist ja ein großes das ist und das kleine bröcke habe ich mir ganz kurz angeschlossen ne ja gut beim sand auch nicht zu viel zu bohren da müssen wir nämlich auch noch den sand raus bohren ne ja aber da gibt es eh einiges an sand das ist nicht ich hab jetzt das ist die ein ach hier oben ist nochmal sand verbaut ihr gerade das ganze kupfer ja ich baue nämlich kupfer an also ok weil gleich kommt die erste welle und ich würd gern zwei drei türme bauen sei doch mal nicht so bei der ersten welle da kommen wir mit hoch dann schießen wir die um und dann ist das gut ja da anschließend ist jetzt auch ne ok semi optimal aber so jetzt stehen wenigstens die ersten türme ist das nicht schön die ersten türme stehen auf der karte das ist ja turmtastisch ha wie das kupfer weg geht in der mauert wahrscheinlich einer gerade mauern nein mauern habe ich schon gebaut das waren jetzt nur türme dann mache ich mich auf die suche nach neuen kupfer da ist bisschen was guck was ein bisschen mangel war wir haben übrigens 25 wellen hier ne also da kommt ein bisschen was auf uns drauf zu das können wir wahrscheinlich nicht so einfach durchrushen nachher am ende aber wir probieren mal alles wir probieren das beste ne da ist ein großes kohlefeld ja das müssen wir später nochmal ja dann versuche ich wenn genug da ist ein bisschen grafit zu pressen und irgendeiner mit grünen schüssen ok komisch also ich habe nichts grün geschossen nein ein gegner ich glaube er hat den schuss nicht gehört das kann möglich sein was ist das titan ich dachte es ist blei das weiß ich nicht das kann ich abbauen keine ahnung was das war ich kann es abbauen so du machst jetzt grafit ja ist gerade kupfer manke ware das kenne ich irgendwo hier aber hier ist ein volles förderband komplett am anlaufen ja müssen wir da bei da von oben kommen immer nur einzelne ah du hast das oben auch noch angeschlossen ok müssen wir hier mal eine entlastung schaffen ja dass hier ein bisschen mehr nach unten antransportiert wird oh das sieht schon mal besser aus soo gut dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kupfer wenn auch nicht viel aber es ist ein bisschen was könnte hier oben noch ein bisschen anschließen so ich mal noch hier das ist aber auch wirklich wild verstreut das Material hier ne ja immer so kleine Fleckerl ich versuche gerade oben für die Verteidigung Rohstoffe heranzukriegen ja Rohstoffe ja wenn ich ein bisschen Grafit habe kann ich bessere Bohrer bauen dann haben wir auch mehr Kupfer für das Grafit brauche ich erstmal Förderbänder etc was du alles brauchst mhm das ist ja erstaunlich so dann haben wir hier noch ein bisschen ja aber die besseren Bohrer brauchen noch Strom ne dann müssen wir dann irgendwo auch schon mal versuchen Strom herzustellen ein bisschen ja Blei haben wir ja naja auch nicht viel ja 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 so ein bisschen mehr Kupfer müsste jetzt nochmal ankommen ich habe da oben noch ein paar angeschlossen mhm mhm da haben wir jetzt wieder ein Förderband Stau ja das wird sich gleich auflösen wenn da oben das kam ja jetzt erstmal bloß gestaut runter ja weil ich ja oben erst mal wieder gebaut habe und so müsste sich jetzt gleich demnächst etwas nivellieren mhm mhm überlauftor also da kannst du auch einen Verteiler machen dann wird es zu den gleichen Teilen aufgeteilt aber naja gut ja ist schon ok gießen wir das noch da an mit auf der Seite warte was da mit dran läuft was da nicht mit drauf läuft wenn wir dann Überlauftor wirklich den Überlauf hat ok ja falls das überläuft aber sollte nicht mehr allzu viel überlaufen gut naja gut haben wir noch zwei kontrollierliche Förderbänder mit Kupfer schon mal an Berg ist ja schon mal ganz gut so dann machen wir mal Titan ab dann na mach doch erstmal die Kupferverarbeitung schneller mhm mit den anderen Bohren aber ein bisschen Titan ja komm Titan ist jetzt noch nicht das was wir unbedingt brauchen ich brauch ich brauch Kupfer für die Verteilung wir brauchen Kupfer, Kupfer, Kupfer ok und für deinen Bohrer brauchen wir jetzt dann Strom, Strom, Strom oder nicht? er braucht oder? ich weiß es nicht er braucht keinen Strom er braucht keinen Strom ich glaube er ist der nächste der Explosivbohrer oder was das ist Sprengladung 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 Mensch spring doch denn warum Wir brauchen Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und du brauchst die ganzen Ressourcen aus Titan drauf. Ja mit Titan kann man bessere Förderbänder dann machen. Weil die Förderbänder die liegen ja voll. Na ja, voll, der Platz ist immer noch. Naja. Abisele Platz ist immer noch. War aber zu wenig abgeknickt, ne? Man kann die Kupfer bauten ja dann woanders hinstellen. Ne, du musst weiter oben abknicken. Ja. Du musst da so abknicken schon. Ein bisschen Kupfer wär cool. Ja, ja. Ja, wir kriegen gleich Titan. Ja, das hilft mir bei den Mauern nix. Ne, ich sag's dir mal. Doch, du kannst Titan mal anbauen. Haha. Haben wir noch nicht erforscht. So viele Titan kannst du nicht abbauen. Ach. Wie ich für Titan Mauern bräuchte. So, dann geh ich mal in die Forschung, ne? Dann forschen wir doch vielleicht mal was schönes. Ähm, schnellere Förderbänder. Kannst du jetzt einfach schnellere Förderbänder bauen oder musst die erst einer erforschen? Die musst du erforschen. Okay. Wo sind die? Der Zimmer glaube ich noch nicht. Ich sehe Laserbohrer. Ich sehe große Stromknoten, große Batterie, große Reparaturprojektor durch Titan gekriegt. Titan Mauer habe ich denn hier noch. Ähm, den Mono könnte ich machen, wenn ihr wollt. Dann mach ich mal den Mono. So. So. Aber. Aber. Ah, der große, der Lanza wäre super. Für die Verteidigung. Ein Lanza. Bitteschön. Ah, super. Da gibt es einen Lanza, wenn man das haben will. Ja, Blei ist leer. Titan Mauer, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Titan noch. Ja. Bessere. Mehr Blei. Kommt ja was rein jetzt hier, ne? Und Grafit brauchen wir auch mehr. Ja, ganz ruhig. Wo geht unser ganzes Blei hin gerade? Habe ich verteidigt. Hast du eine Blei vergiftung gemacht, oder was? Nein, ich habe Reparateure und so gebaut. Ah, okay. Oh, hier sieht es aus, als wenn ein Angriff aus der Nachbarzelle in unsere Richtung kommt. Oh. Oder habe ich das falsch gelesen? Ist egal. Ich habe gerade auf die Map geguckt. Falschlicherweise. Wollte ich eigentlich nicht. Aber geht halt nicht. So, ein Torhammer, große Titan Mauern können wir noch machen. Aber wo sind denn die anderen, ähm, Förderbänder? Brückenförderbänder? Vielleicht muss man da den Krater. Ja, mehr Köppler. Ja, mehr Köppler. Extractor Outpost. Hm. Also du kannst ja dein Momo jetzt das ganze machen, ne? Wenn du denn jetzt eine Flugbasis bauen kannst. Aber da fehlt uns wahrscheinlich alles andere zu. Zum Beispiel Blei oder so. Also hier kann man auf jeden Fall jede Menge Titanen abernten, ne? Also wenn du nachher hier irgendwann unterwegs bist, kannst du dir das ganze, ganze Felder mit Titanen vorstellen. Titoren gibt es hier mehr wie Sand an Meer. Was ist das denn jetzt gewesen? Ach, jetzt habe ich da die Stromknoten gebaut. Nein. Da war ein Stein drunter, den hast du abgebaut. Ach so. Ich habe den Stein drunter abgebaut. Ich bin ja ein Fuchs, bin ich ja. Okay. Du machst jetzt hier gerade Strom. Okay. Hat schon wieder Pfft gemacht. Ich bin eh nicht voll. So. Wer ist voll? Ja, die hinteren Verbrennungsgeneratoren. Deshalb habe ich sie jetzt weggegeben. Ach so. So. Können wir hier einen Bohrer für Blei draufsetzen noch? Brauchen wir ja ein bisschen, ne? Ja. Soll ich die Kohlebohrer upgraden für ein bisschen mehr Kohleabbau, dass wir mehr Grafit bekommen? Ich glaube wir brauchen aktuell Blei ohne Ende. Okay. Das heißt die Bleibohrer vielleicht hier ein bisschen upgraden. Ja. Und dafür brauchen wir eben Grafit. Ja, ja. Hat ausgereicht das Grafit. So. Jetzt kannst du deine Holzbohrer anbohren. Äh deine Kohlebohrer anbohren. Anbohren. Anbohren, dass sie ein bisschen mehr machen. So. Wo haben wir denn hier noch Blei? Das ist wieder Titanium. Titanium. Da ist ein bisschen Blei. Da ist ein bisschen Blei. Lass mal eher von der Seite hier nochmal kommen mit Blei. Da ist ein kleines Stück. Geht unser Grafit aus. Na sowas. Umsetzen? Was sagst du? Ich muss da die Elektro-Türme muss ich umsetzen, sodass sie im wirksameren Bereich sind, wo sie mehr wirken können. Muss ich mehr was machen können? Mehr wirken können. Wirken. Ah, ok. Ich hab Wecken verstanden und dachte mir, boah, sollen die dann wieder mit Rötchen jetzt? Oh, das geht nicht gut. Das können wir so nicht machen. Du kannst übrigens die nächste Welle holen. Will ich aber gar nicht. So. Das würde ich auch so nicht. Ne, das ist zu wenig Platz hier. Moment, verdammte Kacke. Ach, jetzt aber. So. Warum zum Teufel liegt da kein Blei drauf auf dem Band? Achso. Deswegen. Deswegen. So, jetzt kriegen wir noch mehr Blei hier ran. Das könnte schon wieder dann zu viel sein für das eine Förderband. Und? Hm. Große Stromknoten können wir noch nicht tun. Habe ich noch nicht erforscht. Nein, gibt's. Doch, die haben wir. Also können wir schon erforschen. Ich habe sie jetzt nur übersehen. Ich dachte, wir können sie noch nicht erforschen. Doch, das könnten wir schon. Das könnten wir schon. Dann gucken wir mal, dass wir dann hier einen großen Verteiler dazwischen kriegen. Holen. Ne, warte mal. Wo muss denn der große Verteiler schon hin? Hängt ja hier schon an sich zu staunen. Da müssen wir ja schon dazwischen grätschen. Und doppelt abführen. Dann müssen wir hier mal ein bisschen Platz schaffen. Dann kann ich da einfach mit rauslaufen. So, das kommt da dran. Kommt weg. Erstmal weg. Nein. Nicht in die Richtung bauen. So. funktioniert denn erst mal sowieso so machen wir den hier noch weg müsste der hier als umleitung funktionieren und das hier noch mitnehmen und hier den verteilerknoten nicht oder so machen so müsste eigentlich alles was von oben kommt da jetzt so fleißig eingehen und dann müssen wir zwei bände mit blei jetzt so gut aber die folge ist erstmal jetzt beendet hier an dieser stelle ich kann hier noch da kann ich noch durchaus ein verteiler einbauen da kann er das auf jeden fall noch drauf verteilen auf beide bänder und dürfte sich da noch ein bisschen mehr abfluss ergeben ist auch nicht ganz strategisch gut ist er noch nicht gesetzt eigentlich müsste wirklich hier rein da wo er schon stand damit darauf verteilen der könnte das dann noch mal neu durchsortieren hier alles klar gut dann würde ich sagen war es das für heute ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja könnt ihr gerne like da lassen und oder abo ich würde mich riesig darüber freuen ich hätte gerne auch noch gesehen wenn wir hier irgendwo ein bisschen silizium herstellen könnten mit kohle und sand aber na gut das sieht hier eher mau aus können wir da das band liegt voll mit kohle und dann nehmen wir den sand her ja guck mal wie auch immer aber das wäre schön wenn man noch ein bisschen silizium an kriegen können wir sowieso unten die die anschlüsse an unserem kern noch ein bisschen verbessern alles klar das wird's gewesen sein wir sehen uns beim nächsten mal bis denn tschüss bis denn eis